Auch die Dinosaurier im großen Tal mussten die eine oder andere Lektion lernen. Hey Großmutter! Sieh mal, was ich kann! Lidlfoth, komm sofort da runter, das ist viel zu gefährlich. Aber Großmutter, da gibt's jede Menge Baumsterne. An diesem Baum sind genug Baumsterne, mein Kleiner. Aber an die hier komme ich ganz allein ran. Großmutter! Lidlfoth, ich komme! Lidlfoth, ich hab dich! Großmutter! Großmutter! Großmutter, ist alles in Ordnung? Ja, mein Kleiner, ich glaube schon. Ich hätte das hinbekommen, wenn das Erdschütteln nicht gewesen wäre. Schhh, ist schon gut. Großmutter! 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 Ich hätte auf dich hören sollen, Großmutter. Großmutter! Es tut mir so leid! Ich weiß, mein Kleiner, aber niemand weiß, was uns das Leben bringt, bevor es passiert. Deshalb lernen wir die alten Weisheiten Die alten Weisheiten? Ja, ich erinnere mich Was war das gleich noch? Das sind so eine Art Verhaltensregeln, die für unsere Sicherheit sorgen Wenn etwas Unerwartetes passiert Zum Beispiel Bleibt immer in einer Gruppe Ich war in deiner Nähe, sodass ich dir sofort helfen konnte, als du in Schwierigkeiten warst Dein Großvater und ich haben versucht, dir die alten Weisheiten beizubringen Auch wenn wir sie nicht immer so genannt haben Ich möchte gern alle Weisheiten lernen Erzähl mir mehr davon, Großmutter